Kuh, 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 Kaiso ist wieder da. Äh, nö. Doch. Äh, ne, ne, Cassie ist wieder da. Kaiso ist... Oh Gott. Oh Gott, was soll ich machen? Oh mein Gott, dieses Level ist so schwer, was ich hier gerade mache. Oh, ne, ich muss ja schon, glaube ich, mitnehmen. Aber wie? Dieses Level ist so schwer. ist wie ein Teufel soll ich ihn mitnehmen das passt einfach Zeit nicht oh Gott, oh Gott, oh Gott ach komm schon das wisse Mario, das hier Alter, Verräter. Wie sag ich die Scheiße hinbekommen? Mann. Mario, nehm ab. Du bist zu fett. Komm da doch. Oh Mann. Ja, ja, nein. Okay. So. 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 Jetzt muss ich doch noch irgendwie rüberkommen. Ah, da ist sie schon. So. 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 Yoshi, kriegst du auch nochmal was zu mampfen irgendwo? Oh Gott. Oh Gott. Kai so, wird er nochmal schlimmer. Wieso? So wird er nochmal leichter. Kai so. Oh Gott, ich hab was falsch gemacht. Okay. Nicht? Jo. Yoshi loslassen. Okay. 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 Darauf muss ich den aufmampfen, schätze ich mal. Okay. Ah, auf den nächsten Zahn noch drauf. Nein. Fast. Ach. Das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Nein. Ich bin so doof. Ich erkläre dieses Level für unmöglich. Passt nicht, geht nicht, schaffe ich nicht. Passt nicht, geht nicht, schaffe ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiß Manscher. Scheiß Bildschirms. Scroll doch nicht so langsam. Ah, Mann. So. Perfekt. Nein, Moshi. So. 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 Oh Gott. Was soll ich jetzt machen? Darüber. Moshi. Noch eine Hunde, weil es so schön ist. Ach, Mann. Nein. Okay. Ich muss Yoshi also da hochschmeißen. Nein. Nein. Oh, nein. Warum Safe State 10? Das ist doch null. Ach, Mann. Es geht. Es geht anscheinend. Kann ich ihn nicht auch so machen. Mit Anlauf. Ach, Mann. Die muss ich kriegen. Na. Keine Chance. Ja, ich bin so gut. Komm. 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 Warte mal. Kann Yoshi die aufhören? Ja, kann ja. Ich hab das Gefühl, hier müsste er schon groß sein. Okay. Was zum Teufel. Ja, hier muss er groß sein. Was hab ich falsch gemacht? Alles. Wenn ich Yoshi jetzt nicht mitnehmen. So, dann. Ich hab mich auf's. Wie soll ich mich aufassa. Und dann? Ja. Vielen Dank. Ein Moment mal. Ein Moment mal. Ach, Kaizo, Kaizo, Kaizo. Alles, nur nicht Kaizo. Ich kriege gerade Ankel, Mario. Ach, Kaizo, Kaizo, Kaizo.